Bhagavad Gita Vers 3.29 Verwirrt von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur beschäftigen sich die Unwissenden in materiellen Aktivitäten und haften an ihnen. Doch der Weise sollte sie nicht beunruhigen, obwohl ihre Pflichten aus Unkenntnis von niederer Natur sind. Erklärung Die Unwissenden identifizieren sich fälschlich mit ihrem groben materiellen Bewusstsein und sind deshalb voller materieller Bezeichnungen. Der Körper ist ein Geschenk der materiellen Natur und wer zu sehr am körperlichen Bewusstsein haftet, wird Madan genannt. Ein Mensch, der träge ist und kein Verständnis von der spirituellen Seele hat. Unwissende halten den Körper für das Selbst, körperliche Verbindungen mit anderen werden für Verwandtschaft gehalten. Das Land, in dem der Körper geboren wurde, ist das Objekt der Verehrung und die formellen religiösen Rituale werden als Ziele der Religion betrachtet. Sozialarbeit, Nationalismus und Altruismus sind einige der Aktivitäten dieser Menschen, die sich mit materiellen Bezeichnungen identifizieren. Unter dem Zauber solcher Bezeichnungen sind sie auf der materiellen Ebene immer sehr beschäftigt. Für sie ist die spirituelle Verwirklichung ein Mythos und daher sind sie nicht an ihr interessiert. Diese verwirrten Menschen beschäftigen sich manchmal sogar mit solch grundlegenden Moralprinzipien wie Gewaltlosigkeit oder ähnlichen in materieller Hinsicht wohltätigen Aktivitäten. Diejenigen jedoch, die mit spirituellem Wissen erleuchtet sind, sollten nicht versuchen, diese von der Materie gefesselten Menschen zu beunruhigen. Es ist besser, die spirituellen Aktivitäten in aller Stille weiterzuführen. Menschen, die sich in Unwissenheit befinden, wissen Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein nicht zu schätzen. Und deshalb gibt uns Shri Krishna den Rat, sie nicht zu stören und damit wertvolle Zeit zu verschwenden. Doch die Geweihten des Herrn sind gütiger als der Herr selbst, weil sie die Absicht des Herrn verstehen. Folglich nehmen sie alle Wagnisse auf sich und gehen sogar so weit, sich unwissenden Menschen zu nähern und zu versuchen, sie in Aktivitäten des Krishna-Bewusstseins zu beschäftigen, da dies für jeden Menschen absolut notwendig ist.